Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde DayZ. Hallihallo. Ah, Seven Days to Die natürlich. Hab ich nicht gekriegt. Schon wieder, siehst du, ich auch. Jo. Gerne hat's gemacht. Mit jetzt, Goody und Mocky. Hallöle. Hi. Goody, was macht die Wände da oben? Achso. Kommt dann noch Zombies, oder? Hier ist ein Hase. Ja, ich hab alle vernichtet. Bin weggerannt. Obst du, der Mocky hat schon 25 semi-killt, hier. Streber. Hab ich noch gar keinen. Habt ihr ein paar Iron Pipes, dass wir uns auch das Essen machen können? Drei Stück sind in der Kiste. Aus zwei Stück und einem Stück Holz kannst du dir übrigens die nächste Waffe basteln. Ja, wir brauchen erstmal was zu essen. Ja, auf jeden Fall. Na gut, essen wir. Das ist noch wichtiger. Mein Magen ist noch halb voll. Da unten im Wasser. Ich bin das. Dann brauchen wir erstmal was zu trinken, glaube ich. Ich komm hier nicht hoch. Ich komm gerade immer. Trinken hab ich nicht mehr ganz so viel. Ich hab noch gar nichts vergessen und noch nichts getrunken. Also... Ich kann ein Glas mitbringen, aber es hilft auch nicht viel, ne? Unglaublich langsam taucht mir jetzt übrigens auf. Hä? Das Glas ist jetzt voll. Geht das Glas nicht mehr voll? Ah ja, so geht's. Stimmt, wie krieg ich das Glas voll? Ja, muss fast eintauchen ins Wasser. Ja. Ich bin drin immer so. Aber du kannst nicht mehr schlagen und zurück. Das geht nicht mehr richtig. Jetzt. Jetzt. Was kannst du nicht mehr machen? Schlagen und zurück. Dann musst du vorsichtig sein. Ne, das geht nicht mehr. Du musst die echt jetzt aus der Ferne bekämpfen. Ne, ich hab ja hier so Knüppel. Okay. Du musst quasi ein Stück vor und dann wieder ein Stück zurück, aber das geht nicht mehr. Was hab ich bisher gehört? Deine Verdauungsprobleme. Ja. Kann ich nix dafür. War die Dose. Ähm. Linke, rechtes Dolly, Spots war was? Achso, alles klar. Oh, das ist denn hier los, ey. Und Eier. Gold'n Rudd. Ja, wie süß. Ich bin Level 2, ne? Süß. Wir haben drei Eisenrohre. Ich hab noch eins gefunden. Wie weißt du die denn? Ich lauf hier in der Pampa die ganze Zeit nur rum. In den Zombies stecken die. Molte Brett, ich hab schon gar schon ein bisschen Kaffee gefunden. Ich hab auch schon einmal Saan. Den behalte ich, den... Das ist nur die Frage, pflanzen wir die auch da an bei dem Haus? Ähm. Hm. Ne, ich würd was sagen, wir ziehen so ein bisschen, wir ziehen so ein bisschen runter an den See, oder? Ich würd mal die Straße vielleicht hochgehen, vielleicht finden wir da ne Stadt. Willst du nicht deine geile Seestadt bauen, wieder? Doch, aber wir müssen ja erstmal irgendwie unser Überleben sichern. Ja. Also ich zieh mit Basti mal... Ich würd mit Basti in die Richtung ziehen, aber... Sollen wir erstmal mal ein Haus treffen, oder was machen wir jetzt? Lass uns, wenn alle zusammen zur Stadt, weil da... Wenn das so ist wie bei dem anderen, sind da ja tausend Zombies. Jo, alles klar. Äh, wir bräuchten erstmal ein, äh, Feuer-Steinkreis, würd ich sagen. Was, es heißt doch... Campfire. Campfire, ja. Brauchst du, glaub ich, nur Steine für, oder? Ja, hab da jetzt mal eins gebaut. Ach, hast schon. Soll ich's mal draußen hinsetzen? Ich glaub, das ist besser, als wir da drin haben. Da ist eh kaum noch Platz. Aber wir haben keine, keine Ware zum Grillen. Irgendwie sehen die Grafiken total unscharf aus, oder? Doch, zum Grillen haben wir alles da. Guck, guck mal in dem... Ja, aber wir haben keinen Grill. Wir haben keinen Grill, oder? Wir könnten sogar Bacon und Eggs machen. Aber wir haben keinen Grill. Wir haben keinen Grill. Ich hab aber drei... Drei Rohrungen. Es fehlen nur drei Rohrungen. Noch drei. Ja, na dann ziehen wir los und holen die. Ja. Jute Idee, aber... Moment, neben Treffen, ich komm zurück. Ich hab noch ne Hose. End. Ich hab schon ne Hose. Achso. Ja, aber bei mir meckern. Ja. Musst du nicht hinhören. Ah, trink ich jetzt Bottled Water? Ja. Naja, besser nicht. Also, Hauptsache abgekocht. Ja. Ich hab nur eine einzige Dose hier zu trinken. Um es reichen. Eine zu essen. Ich hab jetzt beides halb. Ja. Ja. Also, die, die so mit dem Kopf wackeln, die sind bei Headshot one hit. Und die anderen brauchst du zwei für. Also, die, die so schwer zu treffen sind, die sind bei einmal kaputt. Ja. Haben wir hier ne Kiste? Ja. Ja, das sind drei Kisten. Kann ich da auch ein bisschen was... Ein bisschen Scheiße reinpacken, wa? Einfach Scheiße reinpacken. Die auf dem Boden ist die Scheiße Kiste. Pupu. Kack richtig voll. Links oder rechts jetzt? Eben war mal rechts. Wir warten hier. Oh, ich hab Mais gefunden. Weißkiste hier. Sehr schön. Maissamen. Wir könnten theoretisch auch erst mal den Mais anpflanzen. Ja, ich muss aber erst mal den Inventar ausleeren. Ich bin schon in der Feuerwehr. Jetzt in Aya. Wo ist die Stadt? Ja, irgendeine Richtung wahrscheinlich. Achso, ich dachte, du hast da was gefunden gehabt schon. Nee. Aber normalerweise müsst ihr ja kommen, wenn du die Straße freust. Links lang kommt ne Kreuzung und rechts lang kommt ne Brücke. Äh, Quatsch. Das ist korrekt. Das hier ist nur zu essen. Ja, da hinten kommt ne Kreuzung. Andere Seite ne Brücke. Nee, Brücke und Seite ist totes Gebiet. Okay, dann gehen wir hier lang. Ey, nee, hallo, wartet immer auf dich. Moment, ich muss erst mal zum Haus laufen und meine Tischen lernen. Sonst bringt das nichts, wenn wir da hinlaufen. Da kommt ein Zombie. Ich guck nur grad, ob hier noch irgendwo was zum Jagen ist. Reine. So, fertig. Hab ich nur nix... Hab ich nur nix... Ich meine paar Äxte und noch ein bisschen Holz. Nix zu trinken hier. Stimmt. Ah, ich hab nur eine. Eiersen. Boah, ich muss jetzt einmal in die rechte Kiste Baumwolle reinmachen. Also wir müssten glaub ich auch relativ schnell auf die nächste Axtstufe kommen, ne? Sonst machst du dich grad bei dem Holz ja irgendwie doof. Was ist die nächste... Achso, du meinst die... Äh... Die Metallachs, die gegossen? Ja, ja. Ach du Scheiß, die Kiste ist ja voll. Ja, sehr. Ja. Aber viele Sachen hab ich doppelt. Mal sehen wie lange ich für den Baum jetzt brauche. Du brauchst ne komplette Axt für so nen Baum. Ich hab nur ne dreiviertel Axt gebraucht eben. Was ganz neues. Breast Candlestick mach ich immer zu Scrap Breast um, ne? Ja, ja, mach nur, mach nur das zu klein. Ja, das reicht nicht. So, ich brauch auf jeden Fall irgendwann was zu essen. Da müssen wir uns jetzt drum kommen. Ich hab noch ein bisschen was zu essen. Oder wir pflanzen den Mais an, dass der schon mal wächst. Ja, mach den schon mal einfach. Haben wir Mais? Ich hab einen Mais, äh... Ja, ich hab auch zwei. Ja, dann hau die da erstmal rein. Ach stimmt, die brauchen ja kein, äh... Die brauchen kein... Ne? Richte. 8,10 Ton. Oben und unten kann man ja beides abmachen, ne? Weil das hab ich ausprobiert, das wächst nicht nochmal. Wächst nicht nochmal? Ne. Wir haben ganz viele Tage gewartet. Ich hab oben nur abgeerntet und gewartet, ob es unten nachwächst. Tut's aber nicht. Okay. You more you know? Es sei denn, ich hab was falsch gemacht, aber... Ich hoffe nur, dass das hier wächst, wenn der Boden nicht gehört. Ja, deswegen frag ich ja. Macht das Sinn, einfach das Zeug da im Boden zu stampfen? Kann das sein, dass die mit dem... ...dem Level ein bisschen länger hält? Kann das sein, dass die mit dem... ...dem Level ein bisschen länger hält? Ja. Ne, hab ich nicht den Eindruck. Ne? Boah. Die Lache ist unheimlich. Ja, die ist großartig. Ich pack die mal hier in die Kiste, die Hälfte. Ja. Ja, 22, ne? Ne, ne? Aber hab ich auch noch, 122. Da hat man's gehört. Die kamen daher von den... von den Wellensittichen, die Pedern. Oh ja. Wellensittichen. Willensittichen. So, wir kommen zu euch. Auch geil. Ja, ich mach noch einen Baum. Wir sind auf der Hauptstraße vorne, ja. Back, jetzt steh ich, Jens. Kann man mal ein schönes Gruppenfoto machen von uns? Brauchen wir einen Pumpmelde. Sind welche alle oben oben? Ja, ne? Oder hat irgendwer schon... Oh, hier läuft was den Baum hoch. Ich glaub, der hat hier irgendwie... Wo war dein Nest? Der hat Borkenkäfer hier. Der hat Borkenkäfer. Oh, jetzt bist du schon wieder weg. Oh, ich hab noch einen Iron Shot Pipe gefunden. Sehr gut. Noch eins. Noch eins, zwei. Eins nur noch. Oh, 400 Holz. Bei 25. Ja, ist echt mal 8 jetzt, ja. Boah, wer ist denn jetzt noch hier? Basti, komm mal her. Ihr seid schon davon, oder was? Ja, da ist einer auf Level Up. Kommt mal her, ich will mal ein Foto von euch. Ich will mal 5 bin jetzt. Ich will mal noch Level 2. Jetzt lauf doch nicht zu dem da hin. Ich hab noch keinen einzigen zusammen. Ich hab noch keinen einzigen zusammen. Ach, Schatz. Oh, Mensch. Schirr, oder wie? Vielleicht wäre eine Feder. Springt man eigentlich nur so beim Laufen? Ja. Nein, die sind immer wie so eine Elfe gelaufen. Mein Schweden... Lalalala. Lalalala. So, aufstellen fürs Foto, hier. So, hier, komm jetzt hier auf, da. Ey, das ist schon voll ne coolen Helm. Wo muss wo hin? Wer muss wo hin? Ja. Hier, hier muss der herkommen. Hier, guck da so. Ach so. Hier, guck da jetzt hin. Na gut. Dann mach du erstmal. Dann mach ich mal ein Foto. Ah, warte, anders. Warte, 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 warte. Quik, quik, quik. Quik, quik. Die sind aber aufgeregt. Ich bin im Hunger. Ah, nee. Zack, Foto. Foto. Stell du dich mal hin. So, jetzt, ich brauch auch nur eins. Ja, beim Stehen. Oben ohne Gang. Oh ja. Zeig, bitte Brust raus, Gudi. Brust sehr weit raus, bitte. Aha. Mhm. Passt die Macht da hoch. Okay, alles cool. Los, lasst uns weitergehen jetzt hier sonst. Wird das nix. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben keine Zeit hier. Keine Zeit. Keine Zeit. War mein Haufen. Du kannst deine Augen, wie kein Haufen liegen. Ich hab Tabletten. Oh, wer hat denn so viel Lied angefangen? Ich hab keine Ahnung, wer dieses Lied angefangen hat. Nee. Mein Haufen. Gar nicht. Ja. Er war schon. Haha. Er war auch schon. Na, ihr ruckelt grad so'n bisschen. Okay. Bei mir nix. Bei der... Auch leer. Ja. Hier kam schon irgendwer her, ne? Ja, ich war hier schon. Ach, deswegen kommt hier auch die Kreuzung, ne? Wo müssen wir denn da lang? Ja, das ist die Frage. Wollen wir jetzt aufteilen? Zwei da, zwei da? Das sind ja drei Wege. Ja. Er hat 2D2, was? Oh, da ist ein Hirsch. Ich find das voll geil, dass der sich jetzt zur Seite... Alter, gleichzeitig drauf. Drei. Ja. Los. Drei. Zwei. Drei. Eins. Schön. Sehr gut. Ups, jetzt hab ich den Chat angemacht. Ich geh looten. Machen wir. Du willst doch nur die Schnochen haben. Guck mal auf die Karte. Ja, links rum könnte gehen. Da ist ein Zombie im Wald. Links rum? Nee, ein Game war links rum. Alle, ja? Alle, ja. Alle links rum, ja. Zusammen bleiben. Oh mein Gott, das ist die Zombie Apokalypse. Lass uns aufteilen, da haben wir die größten Chancen. Hier oben ohne Gang. Ich hab ihn getroffen. Oder sie. Ach, dass du den Falter nicht mehr absetzen kannst, das ist scheiße. Da ist noch einer. Wo? Ach da, der Dicke. Voll. Lebs wahrscheinlich wieder im... Sprawler. Rechts. Strawler. Wer lootet denn da vorne schon? Ich? Vielleicht auch mal ein Zombie kill. Nö, nö. Alles meins. Nö, meiner. Mann. Wo hab ich denn die Statistik? Weil ich den abgeschossen hab. Wo ist denn die Statistik bei mir? Da. Hab ich auch geschossen. 26! Doll. Glaub ich. Ich glaub, die funktioniert nicht richtig. Aber... Sind hier die Vogelnester? Ja. Ja, aber mit den Zombies abschießen, das ist glaub ich gut fürs Leveling. Auch wenn da vielleicht so nix bringt. Ja, auf jeden Fall. Irre. Wo du mit nem Level bis zu Level 5 rein kannst, wenn du halt neu bist. Die kannst du glaub ich auf den Server selber setzen. Ach so, okay. Da ist ein Schwein links. Wieder der gleiche wie gerade. So. Ach, da. Okay. Ich bin grad hier oben irgendwie im Wald abgedriftet. 8, 1, 2, 3 und ich schieße. Oder Goodie. Macht nur wenn. Sneaky ist eh doppelt. Sneaky ist eh doppelt. Ich seh es. Was ist mit Goodie? Ich schon verendet. Ja. Ist erledigt. Da ist ein Dicker oben. Warte, ich hol's. Da vorne ist auch noch ein Hirsch. Geradezu. Oder noch ein Schwein. Kommt mal mit. Okay, da geht's schneller um. Ich hol schon. Bisschen mit dem Dicken der da kommt. Ja, der ist ja weit weg. Außerdem so tolles droppen die sowieso nicht. Droppen nur das Schmalz Zeug da. Kommt hier her? Da kommen ein paar Dicke aus dem Wald. Wie ist das? Ich? Oh Gott. Sag da was. Da hast du ja die Augen im Kopf. Da rechts ist noch ein Schwein. Da wollte ich hin. Sehen. Ja. Seh ich auch. Bitte das? Ich bin bereit. Ja. Eins. Zwei. Drei. Hä? Wo seht denn ihr ein Schwein? Hat er? Ja. Immer wenn er schreit. Wie geil ist das denn? Ich hab gar kein Schwein gesehen. War ein bisschen im Gras. Ähm. Sollen wir nur einen? Was ist denn hier? Guck mal. So ne Säule. Ja. Das hat Mocky schon gehabt oder? Was denn? Ja. Dass das dann irgendwie verformt sich das Gelände aktuell noch. Ja. Achso. Ja. Wenn du irgendwie viele Zombies auf einen Haufen machen und die verschwinden, dann verformt sich das Gebiet. Das ist ganz komisch. Aber das sieht voll geil aus. Irgendwie so. Magisch. Na, na, na. Komm her. Komm her. Na, na. Na, na. Na, kriegst du die Steine nicht. Da ist noch ein Zombie. Oh. Ab da. Den hinteren auch. Wer ist er hier? Steh die auch gar nicht. Ob irgendwen läuft einer zu? Oh. Meins. Danke. Vielleicht nicht schlecht mit dem Pfeil im Bogen. Ah. Da ist wieder ein Tier. Ja. Achtung. Bein voraus. Erzähl. Oder rennt schon weg. Ich bin soweit. Ich seh's. Ja. Drei. Zwei. Eins. Oh. Jetzt ist er rechts abgebogen. Oh. Meins. Sneaky Bonus. Zweimal. Ja. Mit dem Sneak Damage ist gar nicht so schlecht. Ja. Was ist das bitte? Wenn du gebückt schießt. Wenn du gehockt wirst. Mit der Steuerung. Ja. Das hab ich mir noch nicht. Ach. Hier kommt aber keine Stadt, ne? Seh dann aber nichts, wenn ich gebückt schieß. Boah. Wer hat nicht einen Kill geklaut, da? Alter. Ja, da ist nochmal ein Tier. Achtung. Wein auf der Straße. Eins. Zwei. Hoppala. Jawoll. Da kommt ein Zombie von hinten. Wenn du weit genug weg bist, bleibt das stehen, ne? Hatta. Hier auch keine Dings mehr rum. Ey, das war ein Headshot eigentlich. Ich glaub, die ist schon tot, die ist noch nicht umgefallen. Ja, glaub ich auch. Ne, läuft noch. Ey, die retten auf mich zu, hier. So, ein Stück. Da kommt ein Dicker auch noch von links. Schön. Der hatte gar nichts dabei. Eine Iron Shotpipe brauchen wir noch, oder? Mhm. Und die Dörfer. Da liegen hier gar keine Dinger mehr rum, hier. Diese, ähm, die Dörfer. Diese, ähm, die Dörfer, die Dörfer. Mein Gott. Rucksäcke und so? Doch, eigentlich auch. Aber, fehlt auch irgendwie gerade. Kann das nicht mit dem Schießen? Von links kommt ein Zombie an. Geht gar nichts. Irgendwer ist aufgelevelt oder hat ein Buch gefunden. Buch? Schon drei Stück, ey. Aber nichts Sinnvolles irgendwie. Doch, wie kann man die denn zielen, die Dinger? Den. Zielen. Zielen? STRG drücken. Also kriechen. Ja, dann kann ich immer noch nicht bei mir zielen. Dann machst du aber dieses Auge-Symbol. Genau. Und da mit der rechten Maustaste kannst du noch ranzoomen. Jungs und Mädels, ich hab das letzte Rohr gefunden. Sehr schön. Eigentlich könnten wir jetzt schon zurück. Das ist sehr gut. Oh, hier ist ja auch das andere Biom. Schade. Ja, ein Haus haben wir jetzt nicht gefunden. Ja. Dann müssen wir nachher die Kreuzung in die andere Richtung. Jo. Sollen wir dann trotzdem erstmal zurück? Wir sollten erstmal zurück, ja. Ehrlich? Wir haben noch nichts zu essen. Ich hab noch nichts zu essen. Doch. Doch, wir haben so viel Fleisch jetzt. Ja, aber wir können ja dann... Aber wir haben aber noch keinen Kochstoff, ne? Nee. Nee, aber ein Grill. Grill ist halt besser. Weil Ham & Eggs ist doch das Beste. Ja, aber schicken wir nicht. Ja, gut. Müssen wir doch. Vielleicht. Warte mal. Äh, Jens, ich geb dir alles mit. Fleisch und so. Wir gehen. Und Basti und ich, wir machen uns hier noch auf die Suche nach nem Kochtopf. Würde ich sagen. Ja, oder wir gehen in die andere Richtung. Ja, ja, eben. Wir werden da auf Bohren geschossen. Hilfe, hinter mir kommt auch einer. Ja, geh aus dem Weg. Ich will auch mal versuchen. Da links ist einer im Gras. Guck mal. Noch einer. Dann warte erstmal. Da links ist da einer. Lass den mal für Gudi da hinten dehnen. Äh, Jens, ich dropp dir auch mal die Sachen. Äh, ach, ich hab ja gar nichts. Ich dachte, der wär für mich. Äh, Seed hab ich den. Lass den doch mal, Jens. Sagst du's selber und schieß drauf. Ja, da hinten auf der Straße ist noch einer. Fleisch hab ich nicht mehr. Jetzt hab ich den selber erschossen, ne? Äh, komm, dann lass uns mal los, wenn du ihm die Sachen gegeben hast. Hinten, hinter uns. Jens? Hinter uns auf der Straße. Jens? Ja? Ja? Fleisch und Leder und und die Rohre. Ich hab gar nichts gefunden. Nix. Hier hinten. Gut, und wenn du völlig bist, da hinten ist noch ein Zombie. Den kannst du auch noch erschießen. Nein. Wie nein? Was? Wo ist ein Zombie? Auf dem Rückweg wieder quasi, mitten auf der Straße da. Jetzt ein Stück weiter links. Und ich würd auch sagen, ob wir den erwischen. Genau. Und irgendwie, Gudi einen scheiß Kochtopf endlich mal finden. Und Jens und Gudi uns ein leckeres Mal kredenzen werden. Achso, ich hab noch Eier in der Tasche. Äh, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Bis dahin. Ich bekomme deine Eier. Tschüss. Komm, du kriegst mal ein Eier. Komm, treff ich den denn nicht. Mh.